Der Immobilienentwickler Empresas Bern hat vor allem in Panama City und seit kurzem auch im Stadtteil Costa del Este mit über 170 Projekten die Skyline von Panama City mitgeprägt. Jedes Projekt, egal ob ein Spitzenkrankenhaus, ein luxuriöses Hochhaus, ein gehobenes Einkaufszentrum, ein Bürokomplex, ein Luxusresort oder ein Altershohesitz am Pazifik wurden von höchsten Qualitätsstandards und einem scharfen Blick für die neuesten Trends bestimmt. Mit der Entwicklung einer Apartmentanlage im Bergort Burkette, einer kleinen Stadt am Rande eines inaktiven Vulkans im Hochland von Panama, geht Empresas Bern einen neuen Weg. Burkette ist ein beliebtes Ziel sowohl für Ruheständler als auch für Touristen und liegt zwischen Panama City und Costa Rica. Der nahegelegene Flughafen in David wird von Panama City und San Jose in Costa Rica direkt angeflogen. Eine Schnellstraße verbindet den Bergort mit zwei Weltmeeren, die mit dem Auto eine Stunde vom Pazifik und drei Stunden von den schönen Stränden der Karibik entfernt sind. Das Projekt besteht aus zwei Hauptgebäuden mit insgesamt 98 Wohneinheiten, die jeweils zwischen 95 und 145 Quadratmeter groß sind und mit zwei oder drei Schlafzimmern geliefert werden. Alle Einheiten verfügen über zwei vollständige Badezimmer und hochwertige Küchen, die komplett möbliert werden. Mit einem Veranda-ähnlichen Eingang und offenen Lobbys, die viel frische Luft und Grün hereinbringen, ein Markenzeichen von Burkette. Obwohl eine große und sehr gute Gesundheitseinrichtung weniger als 50 Minuten von Burkette entfernt ist, wird der Immobilienentwickler eine medizinische Einrichtung vor Ort in die Apartmentanlage Pinot Alto integrieren, was das Leben in Panamas schönem Landesinneren noch einfacher machen wird. Denn damit ist die medizinische Versorgung direkt in der Wohnanlage gesichert. Dieses neuartige Konzept ist für Investoren und Bewohner gleichermaßen attraktiv. Es passt sich nämlich den neuen globalen Trends zur Kurzfristvermietung, dem Anstieg des umweltfreundlichen Tourismus in Panama, der Strandnähe, den kühlsten Temperaturen in ganz Panama und digitalen Homeoffice-Trends an. Dieses vielseitige Produkt profitiert von Burkettes niedrigen Lebenshaltungskosten, der starken Wirtschaft Panamas und der Möglichkeit, eine hohe Mietrendite zu erzielen, indem Kurz- und Langfristvermietung mit Hilfe der Projektverwaltung direkt vor Ort angeboten werden können. Ein gutes Investitionsklima, niedrige Kriminalität, ein angenehmes warmes Klima ohne die Gefahr von Naturkatastrophen, erstklassige Verkehrsverbindung, ein leichter Zugang zu frischen Obst und Gemüse vor Ort und eine große Vielfalt an Fischen machen Burkette sehr lebenswert. Burkette bietet Einwohnern und Besuchern gleichermaßen eine lebendige Musikszene, einige der schönsten Blumen der Welt, endlose Möglichkeiten zur Tierbeobachtung und Kaffee, der von Gescherbäumen geerntet und zu den wertvollsten der Erde zählt. Untertitelung des ZDF, 2020